exzellent präsentieren präsentiere alles außergewöhnlich hey petzel du das muss besser werden was muss besser werden ich weiß auch nicht aber das ist was was ich gerade ständig höre also echt wirklich immer wieder bei mehreren kunden wie macht man das ist besser ja sag doch mal also musst du besser werden oder muss die präsentation des kunden begleiten darin dass die kunden in ihren präsentationen in ihren auftritten besser werden es geht um masterclasses und deep dives die sozusagen diese messe und beim kunden vorbeilauf möglichkeiten ersetzen okay jetzt schon eine ganz schöne weile und kunden die das eben schon mal gemacht haben teilweise echt super mit der heißen nadel gestrickt vor zwölf monaten aus dem boden gestampft mutig die ersten waren die was anders probiert haben und jetzt halt sagen ist noch nicht vorbei wir müssen weitermachen und das muss besser werden okay und gibt es da denn irgendwelche ziele die beim letzten mal verfehlt wurden unterschiedlich also bei dem einen kunden würde ich sagen die sind die haben keine sondern da ist es eher die frage was ist überhaupt möglich und da gucken sie halt sehr auch was machen andere und was ist bei anderen möglich und da wird das mit dem besser werden halt besser als was die anderen machen auf einem anderen markt mit anderen kunden schwer okay ich kann nur was besser machen wenn ich auch ein ziel gesetzt habe dann kann ich stellschrauben ich habe so einen kunden der postet mir immer ganz der postet nicht er schreibt mir mails ganz stolz mit so screenshots von seiner umfrage die ja immer macht da geht es darum er macht einen allgemeinen vortrag und danach geht es darum einzelberatung anzubieten und er hat mir jetzt neulich wieder geschickt von 20 teilnehmenden haben 20 gesagt sie wollen eine einzelberatung haben und ja das ist ja wohl mal eine 100 prozent quote genau manchmal sind es 19 von 20 oder oder 18 aber auch das sind hervorragende zahlen absolut und er hat noch so eine sternchenbewertung das ist so ein microsoft formular was eine sternchenbewertung und da ist dann immer wie waren der vortrag insgesamt 4,8 4,9 so in dem dreh sind da die sternchenbewertung von von 5 von 5 also 4,9 so okay also da also in dem fall erstens ergebnis erreicht ja zweitens publikum glücklich gemacht richtig das sind ja aber klare zielsetzungen die er so überprüft und die er sich offensichtlich vorher vorgenommen hat ja ist ein vertriebsmensch also der hat letztlich ziele und hat natürlich dann auch messbare erfolge wie ist das bei deinem kunden gibt es da auch genau solche umfragen oder solche bei dem einen eben nicht bei den anderen schon und die haben das dilemma dass die damit messen ersetzen die nicht so gut also da auf messen hast du diese weichen faktoren wie das gespräch war wirklich gut anschließend die waren total begeistert es war total viel applaus ja und ich habe so und so viele visitenkarten mit nach hause genommen und daraus entsteht halt im laufe der nächsten manchmal 24 monate also lange zeit später vielleicht erst ein geschäft okay und jetzt haben sie seit einem jahr eben harte fakten die sie einsetzen können es ist auch ein unternehmen das genau mit diesen daten geld verdient das heißt die stellen jetzt natürlich dieselben ansprüche an ihre ergebnisse wie die das auch für ihre kunden tun also mit den daten und da da wird es halt jetzt haarig weil jetzt ist besser werden halt wie viele leute sind eingeladen welche wie viele leute haben sich angemeldet wie viele leute sind wirklich da gewesen wer von denen war nachher im chat wer aus wem wurde danach ein geschäft also jetzt ist es viel messbarer als eine messe eigentlich messbar wäre und jetzt ist der anspruch auch sehr sehr genau man hat jetzt dadurch dass man ja digital oder online präsentiert ist diese verbindung zwischen präsentationen und zum beispiel newsletter verteiler ist ja viel viel intensiver als bei so einer live veranstaltung wo sich das auch mal am saal verlaufen kann ja okay das heißt du siehst genau wer dabei wer hat interagiert wer hat nachgefragt wer hat danach gekauft oder so ja das ist die frage wie machst du da etwas besser und ein punkt wäre halt zum beispiel und das da kommt noch erschwerend hinzu dass sie simulife veranstaltungen machen und auch machen müssen simulife das okay das ist simuliertes live das ist eigentlich ein video was einmal aufgezeichnet wird oder vor produziert wird und es wird zu einem verabredeten zeitpunkt abgespielt und während es läuft kannst du live fragen im chat stellen das ist glaube ich simulife kriegst du auch live beantwortet also es gibt eine live eine live ebene die ist aber im chat und der rest läuft vor produzieren warum produzieren die vor also ich meine weil die weil die auch so dünn um eisig bewegt also kein lampenfieber so gibt genug von denen die sagen so bald wir wieder live auf eine bühne können wir sind die ersten die hier schreien das ist nicht das problem nee sondern das alles was sie sagen vorher ein approval braucht also eine rechtliche absicherung so und das kann einem natürlich in einem live mal leicht verrutschen und anders anders als auf der bühne genau auf der bühne kannst du nicht zurückspulen auf der bühne kannst du auch nur sagen habe ich wirklich gehört und nicht ja hier liebe presse genau so können sie hier gucken so hat es gesagt das ist halt nicht dasselbe und alles was zurückspulen kannst und als beweis benutzen kannst ist da ein bisschen schwierig okay das heißt die müssen das was sie an inhalten kommunizieren auf die goldwaage legen die rechtsabteilung muss drüber schauen und es muss das muss also ganz klar sein dass sie nicht aus versehen vielleicht etwas erwähnen was noch gar nicht erwähnt werden darf oder dass sie sich unter umständen missverständlich ausdrücken so dass man denkt das produkt ist aber ganz anders oder was auch immer dass es rechtliche konsequenzen haben könnte okay verstehe deshalb machen sie es in der aufzeichnung was kann man denn jetzt dann verbessern also um jetzt die ziele zu erreichen also mehr kunden käufer ein ein faktor finde ich versuche ich gerade ans herz zu legen ist sich noch mal wieder mit dem publikum zu beschäftigen noch mal klarer mit was ist denn der schmerz das sind tolle storyteller gute geschichten erzähler denen auch ganz schnell geschichten einfallen und das dilemma manchmal mit guten geschichten erzählern ist es fällt einem schon eine tolle bildhafte übersetzung ein du hast aber noch keine ahnung von was also die kennen natürlich ihre themen und ihre inhalte und in dem fall ging es jetzt zum beispiel um den klaren paradigmen wechsel der ansteht und der kommen wird und den für den kann man halt aber das hat nicht wirklich also nicht das muss nicht unbedingt den schmerz des publikums erwischen oder den bedarf oder die sehnsucht oder den wunsch des publikums erwischen und es macht da habe ich ganz viel sinn darüber nachzudenken wer soll sich das angucken und soll welche gefühle dabei haben emotionen dabei haben zu welchen entscheidungen durch seine gefühle bewegt werden ich sehe das problem du kannst dieses video natürlich super perfekt produzieren mit tollen übergängen mit super animationen super ton aber selbst wenn es dann noch besser ist das video als vielleicht vor einem jahr heißt das ja nicht unbedingt dass mehr ziele oder mehr mehr umsatz oder was auch immer erreicht wird und es ist jetzt ganz klar bemessbar ja okay gut der druck ist hoch gut und deshalb frage ich ja auch nach was muss besser werden kann man ich glaube storytelling näher anknüpfen an das publikum also die perspektive wechseln von ich weiß was ich hier verkaufe zu was ist das problem meiner zuschauer kann ich denn den chat also diesen interaktiven teil kann ich da irgendwas machen oder ist das auch gesetzt irgendwie was für eine gute idee also das ist tatsächlich der große spielraum den es gibt du hast total recht also ich versuche immer inhaltlich die grenzen zu sprengen aber das ist tatsächlich auch noch mal methodisch ein neuer gedanke zu sagen also das ist halt wirklich die herausforderung neue stellschrauben finden wenn ich was verbessern will immer wieder zu hinterfragen welche stellschrauben habe ich noch nicht angefasst und noch an der was habe ich noch nicht rumgeschraubt und die idee mit dem chat noch mehr zu machen das ist dann geht dann über die produktion die vorproduktion hinaus und in den event rein ist was ich mitnehmen danke vielleicht vielleicht also ich meine das ist jetzt auch so ein gedankenblitz der gerade durch meinen schädel schlägt ich verstehe ich verstehe dass man das aufnehmen möchte dass man eine konserve hat weil man die worte die man sagt auf die goldwaage legen muss und dass die rechtsabteilung drüber schaut aber könnte man nicht auch eine sendung kreieren wo man die wichtigsten teile aus der konserve zuspielt aber eine live moderation hat um zum beispiel auch direkt auf fragen aus dem chat einzugehen und dann das weil dann verquatscht okay auch das ist ein risiko auch das gibt halt auch da dinge die in der pipeline sind die so noch nicht raus dürfen und an denen man natürlich schon arbeitet die man schon gut kennt die man vielleicht unter vier augen dem kunden auch anbieten würde möchtest du nie bitter tester variante und sowas aber nicht öffentlich so dass du darauf festgenagelt werden kannst weil wie gesagt dass es gibt eine bildschirm aufzeichnen ist easy verstehe ich kann mir auch vorstellen dass selbst der chat also diejenigen die es auf chat fragen antworten geben dass das nach einem vier oder sogar sechs augen prinzip dass die antwort rausgeht ja okay verstehe also so viel aber nichtsdestotrotz kannst du damit spielen glaube ich da kann man noch mal um die ecke denken und das neue bedenken genau also insofern danke pützel sehr gut unsere drei learnings für dich erstens setzt dir ziele nur wenn du etwas vor hast kannst du auch was verbessern zweitens überprüfe immer wieder wurde noch spielräume hast mach nicht das gleiche wie beim letzten mal nur weil du denkst es geht eh nicht anders drittens das erste gebot ist immer dich und deine perspektive nicht als gesetzt zu betrachten fragte ich immer was ginge noch und wie sehen das andere ihr habt gefragt und passend zum thema der episode hatte uns erneut in einem our life eine frage erreicht wie kann ich mehrere kameras in einer online präsentation einsetzen und wozu ist das gut okay also jetzt wo wir fast kleine fernsehstudios haben müssen um richtig gut online zu präsentieren kommt natürlich schon der gedanke auf dass ich setze zwei kameras ein die normale webcam die man vielleicht im notebook eingebaut hat und vielleicht noch eine zweite webcam die man über usb mit dem computer verbindet und das tolle ist man kann zwischen diesen beiden kameras wechseln in zoom geht das über das tastaturkürzel alt n da kann man zwischen den kameras die akt angeschlossen sind hin und her schalten und in teams geht das meines wissens nicht mit zum tastenkürzel sondern da musst du auf dein eigenes webcam bild mit der maus rechts klicken und dann wird dir angeboten die kamera zu wechseln was heißt das kamera wechseln bedeutet dass von einer kamera die gerade aktiv ist zunächst umgeschaltet wird und wenn du jetzt zum beispiel drei kameras angeschlossen hast oder drei kameras in deinem system aktiv hast dann würde nach der zweiten kamera die dritte kamera kommen und von der dritten kamera wechselst du dann wieder auf die erste kamera das ist wichtig für den hinterkopf denn wenn du in einem vortrag nur zwei kameras einsetzen möchtest musst du natürlich dann die dritte oder all die kameras die du nicht brauchst irgendwie deaktivieren damit teams eben auch nur die beiden kameras die du auch einsetzen möchtest kennt und da kannst du zwischen diesen beiden kameras hin und her wechseln das ist praktisch wenn du mit der zweiten kamera zum beispiel einen gegenstand zeigen möchtest ein produkt oder du bastelst was aus knete oder du hast eine mobile kamera und filmst damit ein flipchart oder ein zeichenblock wurde was darauf zeichnest dafür können solche unterschiedlichen kameras perspektiven nützlich und hilfreich sein gut danke fürs erklären sehr gut wir hören uns in zwei wochen wieder ja aber aber sowas von bis dahin hey du bist ja immer noch da das ist ja schön vermutlich willst auch du einen unterschied machen mit deinen präsentationen vorträgen denn für gewöhnlich können unsere hörerinnen und hörer ja kommunizieren präsentieren und powerpoint könnt ihr auch wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest dann haben wir da was für dich schau doch mal auf unserer webseite vorbei dort findest du angebote mit denen deine präsentation nicht nur gut sondern exzellent werden du kannst uns da kaufen ist gleich und wir da was es geht um bis zum nächsten mal abendetir wir da was für dich zum nächsten Mal abendet ihr öbete